Da in dem Buch ist was los Da lohnen wir heute ein In unsern schönen Landl Zum Gstanzl-Singer rein Der Lena Fritzl mit seinem Schmäh Der macht aus Bierern fahren Und wer bei uns keinen Spaß versteht Bleibt's nächstes Mal daheim Der Burgermeister von der Gmau Im Lodensteirer Gwamm Begrüßt die hohen Ergengäste Und schüttelt er nach Hand Er zittert wie er lampisch vor Und kennt aus seinem Versteck Ausangt vor seiner Festanspruch Vom Heißlohn im Marik Hochgeschätzte Festgemeinde Jetzt ging'ma so iso rau Wir grüssen unsern Landeshauptmann Der nicht kommen kann Dafür schickt er uns den Landesrat Es iso rau Es iso rau Und launtagsabgeordneten An jedem Nilschafer Auf unsern Herrn Bezirkshauptmann Geht ein besonderer Gruß Den Hof von Erdell-Ober-Forst-Rod Hier den Jogtausschuss Der Abort kommt für Sicherheit Mit Postenkommandant Den Kirchenrat und Erlopmann Vom Fleckviehzucht verhaun Den Wurzbein, den Mediengelmau Den Flussballpräsident Den Geschäftsführer vom Logerhaus Den Eichenkonsulent Die Obfrau von die Guldraumgruppe Und der KfB Doch kaum nix g'scheits im Fernsehen seh Sind's da ins Heilbräge Wir grüssen auch den Bürger Ist den Spitzenkandidat Den Schriftführer vom Singer Und der Wecker aufs Kriegsrat Den Hof von Erdell-Ober-Und-Zot Na, wie hoast er denn Den Klub wohl ich schwein' den Zahn Den Oberberg hier denn Auch unsere hohe Lehrgäste Begrüssen wir sehr gern Aus Politik und Wirtschaftsleben So von wo und fern Herr Dr. Günther Seeleitner Als Frau muss der Vampir Und Herrn Direktor sei Da sind wir unsere G'stanzklau 4 Herr Bürgermeister Wiesinger Er ist und da ein Als Käpt'n von Gemeindebund Für ganz Österreich Der Ranghöchste Schandtamm im Laund Der Böse der Grenadier Trinkt ausnahmsweich Dort bin's kaum müh Heid' unser letzter Bier So liebe G'stanzklau 4 Und jetzt begrüßt mir die Die, die was jedes Jahr Begekommen zu uns am Sänger Aber die, die was nie begrüßt werden Die, die rei, die sind Die, die sie dankt Die, die, die sie heute Mit ihren euren eichen Schuhen Sie schnit verlaut Da zittert aus Und die, die hat, die du Ihr Oller Der, der da neben sitzg Siegst, das hast du dran, wenn du nächstes Mal wieder vorgehst, ziegst du ein Blumenkiss von auf. Der Huber in der zweiten Reich, der lässt sich gar nicht stören. Er hat verschiedene Zütteln alle Runden untergekriegen. Der Huber in der zweiten Reich, der lässt sich gar nicht stören, weil sie daheim am Nachkasten sind vergisst. Der Huber in der zweiten Reich, der lässt sich gar nicht stören, weil sie nicht stören. Der Huber in der zweiten Reich, der lässt sich gar nicht stören, weil sie nicht stören, weil sie nicht stören. Das entstand die星weise passiert. Schaut, die Leute an die Decote, die wird nie gesehen, dass sich Pamela Rundersen bei Becker-Gauder ging. Diesgütter für die Blonde dort, die Händels tents bei der Wand. A Pier cooler im Grund, ein Würfel워 System. Muss frei sein bis zum Raum. Ach, hier für Aisado, der oi Stund aufs Kreislo rennt, der Rächtlerbund mit fünf Mann hoch, zehn Augen und zwei Zent. Die Köderin von Kirchen wird, die sich mit Maurer fest, drum halt's mit der Lenken und dann tipps sein Zollstoppfest. Ja, gau, is is a im Zoll, der is heut net gut drauf, er sagt zu ihr, isch hoff da rein, was boah is, weckst mich auch. Da Lehrer schau dis Kraslein, dann brummt er zu sein Bier, des is scho amal besser gwein, was is des für April. Ja, doch, am gab's noch viel zum Segen, die wir uns lieber spornen, sonst kommt uns ja wie ein Ochs und das war ein Ausrichtendor. Doch scheinbar wirkt sich sehr so, als vor einer Frage schlimm und die zwei Leute wieder gern zu unsern Singern kommt.